einen schönen guten abend herzlich willkommen zu msg active trading webinar schön dass sie heute wieder dabei sind trotz der herzferien und trotz weiß ich wie es bei ihnen geht aber bei uns hier in frankfurt doch schon extrem verregneten wetters die letzten tage hat es doch ganz gut wasser geregnet aber wir wollen uns nicht beschweren ist ja mal nur nötig gewesen aber ja und das wechselhafte wetter hat jetzt vielleicht auch dafür gesorgt dass der bastian angeschlagen ist der der heute dabei ist bastian rüschka von geidens grüß dich du bist ein bisschen angeschlagen aber trotzdem dabei jawohl so sieht es aus schönen guten abend in die runde ja da hören wir seine angeknackste stimme etwas die die wiesenkrippe hatte ich erwischt bastian oder das verregnete wechselhafte wetter wie auch immer aber richtig klasse dass du heute abend dabei bist und zu dieser späten stunde noch ein webinar mit uns machst ein sehr wichtiges webinar weil es ist schön dass wir hatten vor ein paar tagen mal hinweis bekommen von einem der teilnehmer der webinar reihe jedoch gesagt hat mensch ich würde mich mal interessieren gibt doch mal auf sektorebene analysen schaut euch doch mal ein paar sektoren an und pick doch mal aus diesen sektoren ein paar vernünftige vielversprechende basiswerte heraus sowohl long als auch short und das machen wir heute macht der bastian heute ein paar sektoren bei der goldminen chip sektor wird bastian heute versuchen darauf einzugehen und ein paar basiswerte besprechen und wir von von seiten der st generale als produkte mit hinschauen was man da am besten machen kann wenn es in richtung finanzprodukte geht ja wie immer kurz die rechtlichen hinweise dass wir das webinar für selbst entscheide machen mit erfahrungen im bereich der hebelprodukte dass wir keine anlageberatung machen sondern die produkte nur aus demonstrationszwecken zeigen und dass man doch bitte die totalverlustrisiken und das omittenten risiko sich anschaut kurzum würde ich sagen bastian wenn es deine stimme deine kälte so lässt ich glaube kurzen rückblick wolltest du geben auf auf die auf die analyse von letzten vom letzten mal drei wochen glaube ich her und starte doch bitte ja vielleicht erst mal zur einleitung also bei mir ist es so ich bin ja jetzt krank der markt macht einen auch etwas krank habe ich das gefühl ich weiß nicht wie es ihnen geht also dieses hin und her ich kann es jetzt langsam auch nicht mehr hören mit den ganzen gerüchten china nähert sich an heute china nähert sich nicht an gestern mit den verbundenen bewegungen heute der dax in einer minute 100 punkte hochgeschossen weil wieder irgendwelche gerüchte verbreitet worden sind also das geht mir schon ziemlich auf die nerven ein beispiel möchte ich ihnen zeigen wo es mich dann auch privat erwischt hat auch dank gerüchteküche das war hier die netis aktie die ja bekannterweise auch im bereich chinesischer titel anzuordnen ist muss ich mir erst mal ein desktop holen wahrscheinlich sonst sieht man gar nichts hier haben wir es die netis aktie die eigentlich ein sehr schönes setup aufwies ich hatte sie in pro max vorgestellt in unserem premium paket und dann auch noch mal selbst gehandelt es ging im prinzip darum der ausbruch aus einer bullischen flagge nachdem sie auch schön noch mal hier unten auf den ema 50 aufgetitscht ist diese schwarze kerze wurde dann kurz vor dem wochenende ausgebildet als ich das letzte mal drauf sah war der wert noch im plus hier oben und dann gab es am abend an diesem freitag dieses gerücht dass in den usa das listing von chinesischen werten eventuell verboten werden könnte war natürlich auch extrem formuliert zumindest dass der herr trump darüber nachdenkt und naja sie sehen ja dann innerhalb von wenigen stunden muss man sagen hat sich das komplette ausbruch setup erledigt und sogar der stopp ist noch am selben tag ausgelöst worden das vor dem wochenende da können sie sich vorstellen bin ich dann mit sehr gutem gefühl ins wochenende gegangen und ich glaube das ist ein gutes beispiel wie es derzeit läuft es ist dann auch erstmal nicht weiter gefallen es gab dann gleich wieder diese gegenbewegung und so geht es halt jetzt tag ein tag aus eine positive nachricht im im handelskrieg ein tag gezogen nächsten tag dreht die stimmung wieder es geht wieder runter jetzt kann man natürlich sagen okay was will er denn ich handel sehr kurzfristig nehmen da intraday die bewegungen mit dazu vielleicht mal noch ein zweites beispiel der dax heute im minuten chart natürlich kann man sagen da nehme ich die bewegungen mit aber sie sehen selbst was wollen sie denn da mitnehmen wenn sie nicht vorher schon drin sind also hier wenn man beispielsweise short stops hat oder ähnliches auf den index dann hat man mit enormer slippage zu kämpfen diese minutenkerze war über 50 punkte lang und wenn sie dann den stopp hier oben platziert haben dann haben sie mit slippage von 20 30 punkten in jedem fall zu kämpfen also das sehen sie dann auch wieder der ausbruch erfolgt dann wird wieder komplett abverkauft dieses gerücht naja so läuft es halt aktuell und persönlich bleibt mir dann nichts anderes übrig als mich etwas zurückzuhalten denn das ganz kurzfristige das ist jetzt nicht mein trading dennoch muss man sagen und das freut mich jetzt sehr dass wir ja zu einer schwierigen zeit zu einem schwierigen zeitpunkt das letzte webinar hatten nämlich exakt vor dem ezb termin da ist es auch nicht immer so einfach dann setups über mehrere wochen zu finden aber wenn sie sich zurückerinnern haben wir hier über absicherungsmöglichkeiten im dax gesprochen das blau markierte war der tag an dem wir das webinar hatten nämlich am 11 9 also im vorfeld des zinsentscheid und die aussage war relativ klar nach dem run habe ich gesagt würde ich hier nicht mehr long gehen sondern auch über die ein oder andere absicherung nachdenken der stopp für absicherungen war bei 12.600 gesetzt mit match my trade wir hatten hier mehrere produkte auch besprochen ja der einzige nachteil war in diesem fall auch für mich ich hatte einen relativ kurz laufenden optionsschein gewählt und es ging halt dann einfach ewig lang seitwärts ehe in der vorwoche dann der abverkauf erst einsetzte und beide gaps auf der unterseite geschlossen worden sind also das war das der einzige nachteil wenn man so möchte wenn man da in sehr kurz laufenden optionsscheinen war das einfach früher früher antizipiert hatte dass das auftritt dann hat man hatte man ein bisschen das nachsehen dennoch die gaps wurden geschlossen der chart zur unterseite bereinigt und aktuell liefern sich käufer wie verkäufer in harten kampf es ist hier noch keine entscheidung gefallen ob es weitergeht mit dieser bewegung seit august nach oben oder ob wir nochmal die tiefs hier unterschreiten vielleicht sogar in richtung der sommer tiefs uns bewegen das wird jetzt so die entscheidung sein in den nächsten tagen bislang läuft nichts anderes als eine gegenbewegung und der vollständigkeit halber aus dem wochenausblick wir haben natürlich durch die schwache entwicklung ein weiteres gap gerissen 12.263 das wäre vielleicht noch ein oberes ziel für diese woche wenn es noch einen schnaps drauf gibt mein erstes ziel ist schon erreicht heute auch auf xetra bei 12.1 40 das war hier nochmal der rücksetzer an dieses tief also dax in einer gegenbewegung nach dem abverkauf die short ziele wurden erstmal erreicht aus der letzten besprechung ich sehe jetzt aktuell kein unbedingt handelbares setup zumindest nicht auf mehrere wochen was ich mir kurzfristig noch vorstellen könnte wir einschließen dieser oberen kurslücke und dann müsste man sehen was klare signale anbelangt hat sich nichts verändert wir müssen hier über die 12.5 drüber im ersten schritt dann natürlich auch vor allen dingen über diese hochs um überhaupt dann mittel bis langfristige signale mal zu bekommen wir stehen aktuell auf dem niveau von april und ja das zeigt auch schon viel es geht zwar sehr volatil zur sache aber eben unterm strich keine zugewinne oder auch keine verluste in bezug auf die stände im frühjahr zweite ja etwas wilde fahrt so möchte ich es mal bezeichnen war euro s dollar da hatten wir unseren ewe exkurs elliot wellen stefano den hast du verpasst den elliot wellen exkurs das müssen wir nochmal nachholen glaube ich ja genau und da hatten wir ein sehr schönes set aber wir hier nochmal zum 61 achter vor dem ezb event zurückgesetzt hatten dreiteilig gefallen sind nach diesem impuls so und jetzt schauen sie sich an hier unten war unser stopp long hier oben war das ziel naja der titel würde schreiben das war chuck norris ja also hier um wenige punkte hat der stopp gehalten dann gab es diese v umkehr und das ziel ja oben wurde abgearbeitet anschließend ging es wieder genauso schnell wieder nach unten also kein neuer trend das war für den ein oder anderen enttäuschend ich hatte mir da auch mehr erhofft sondern es ging halt wieder in der übergeordneten abwärtsphase auf neue tiefs aber das set up war denke ich ganz okay wenn gleich ein bisschen glück dabei war da es erst diesen erheblichen auswasch gab aber zumindest keine neuen tiefs erreicht worden sind also set up aufgegangen ich hoffe der ein oder andere hat dann hier am ziel auch gut verkauft dritter wert war apple da können wir es kurz halten eigentlich so gut wie nichts passiert seit der analyse ausbruchstrad war das in richtung 233 74 denkt man kann im großen und ganz dran festhalten so richtig überzeugen ist es nicht also ich würde hier in diesem ausbruchstrad wenn es geht keine verluste mehr zulassen ich würde aber in jedem fall kurzfristig unterhalb dieses zwischentiefs die reißleine ziehen long also das obere ziel können sie von mir aus noch anpeilen die dynamik lässt äußerst zu wünschen übrig und daher habe ich mir ein bisschen mehr erhofft und die enttäuschung war sicherlich bei du auch im zusammenhang mit der schwachen entwicklung dann bei den chinesischen titeln in den letzten wochen wir haben das nicht geschafft 113 40 aufzuknacken das war ja so das mindestziel 113 40 hatte schon auf die 121 80 gesetzt letztendlich ist er dann wieder nach unten weg gedriftet bis aktuell also auch diese diskussion hatten wir ja auch auf dem copmodel da nur eine abc erholung gewesen weitere tiefs könnten im vierten quartal folgen also diese muster sind jetzt seither nicht klar eher im zweifelsfall bärisch zu sehen also im vergleich zu den anderen webinaren wo es ja teilweise wirklich schwer war dann auch was zu finden bin ich eigentlich mit dem ergebnis des letzten webinars zufrieden ich denke vor allen dingen das highlight war der dax wenn sie die geduld behalten haben dann auch wirklich über zwei drei wochen an diesen gap closes festzuhalten jetzt hat stefano schon gesagt wir wollen heute auf sektoren basis arbeiten und das hat mich sehr gefreut die anfrage des kunden auch denn guidance bietet sich natürlich hervorragend an auch auf sektoren ebene zu arbeiten was können sie auf guidance machen sie können sich watch listen erstellen sie können screenen und genau das habe ich heute mal gemacht ich habe auf meinem desktop auch schon die watch listen zu den einzelnen sektoren bereitgestellt das kann ich im nachgang an das webinar auch nochmal in verbindung mit den charts dann nochmal posten sie haben auf guidance sowohl die möglichkeit watch listen zu scheren also indem sie hier aus ihren watch listen einfach eine auswählen und dann in der kommentarfunktion posten ich zeige das mal wie ich es heute gemacht habe also so sieht das dann aus die watch listen sind an den post von mir drangehängt hier haben sie die watch list zum so x zum chipwerteindex mit den 30 titeln und hier haben sie eine watch list zum xau also zu diesem bekannten gold und silberminen index und das schöne ist diese watch listen sind ja seit einigen monaten nicht nur blanke watch listen bei uns auf guidance sondern in diesen watch listen ist auch unser screener integriert das heißt sie können direkt aus der watch list heraus kennzahlen hinzufügen technische screenings durchführen insofern wir fundamental daten haben auch fundamentale analysen durchführen ich habe jetzt hier einfach mal ein simples performance performance kennzahl ausgewählt seit jahres anfang im minen sektor für die xau werte da wäre zum beispiel el dorado gold der beste titel mit 170 prozent und free port der schlechteste titel mit minus 18 prozent also solche auswertungen können sie durchführen ich mache dann persönlich immer folgendes ich erstelle mir gleich einen desktop desktop ist ja die gesamte oberfläche hier auf guidance und verbinde diese watch listen den screener dann mit einem chart wie das aussieht kann ich ihnen hier mal zeigen also das ist beispielsweise jetzt mein desktop für den nasdaq biotech index diese desktops haben immer eine gewisse nummer und sie können über diese url die desktops wenn sie freigegeben sind auch scheren mit anderen usern das heißt auch diesen desktop kann ich ihnen im nachgang zur verfügung stellen ich kann ihnen testweise jetzt auch schon mal in den chat rein posten ich denke dann kann auch der ein oder andere schon mal direkt darauf zugreifen da können sie sich schon mal vertraut machen wie sowas aussieht und wie wie sie da vorgehen können ich starte zunächst mal mit den indizes an und für sich und dann können wir mal einige einzelwerte besprechen die indizes habe ich hier auf diesem desktop abgelegt das ist hier links oben der nasdaq biotech index sehr bekannt eigentlich das branchenbarometer für die biotechs dann auf der rechten seite der xau der philadelphia gold silber sektor index es gibt noch den hui mit dem kürzel also der imax gold box index mit dem kürzel hui den haben wir jetzt nicht auf guidance und auch den dow jones gold silber index wird immer mal wieder beachtet ich habe mich jetzt hier auf den xau konzentriert und auch sehr löblich dass wir inzwischen den sox haben auf auf guidance also den chip werte index der meist beachtet ist das ist dann unser dritter sektor den wir uns anschauen insgesamt können sie sich natürlich auf guidance auch sektoren listen erstellen die werden sie wahrscheinlich aus meinen analysen kennen wenn ich die us indizes bespreche das sieht dann beispielsweise so aus da haben sie dann schönen tagesüberblick kann ich auch mal posten den link zu diesem desktop einen schönen tagesüberblick wer ist heute der tagesgewinner aha klare halbleiter indizes wer sind die tagesverlierer heute telekommunikation goldminen um sich einfach mal so einen überblick zu machen und hier auch können sie direkt filtern wer ist der beste index seit jahres anfang aha biotech sehen wir schon schwach ölsektor schwach hardware sektor im prinzip die apple aktie stark also so kann man strategisch vorgehen so sollte man auch vorgehen wenn man interessante werte aussucht wir starten heute mal mit dem biotech index hat sich glaube ich herumgesprochen dass ich insgeheim schon großer fan der biotechs bin aber natürlich mich mit dem abfinden muss was der index dann auch liefert und das ist seit einigen jahren leider nicht viel im gegenteil das ist noch positiv ausgedrückt der nestek biotech index ist ein underperformer seit dem jahr 2015 das alles relativ ist sehen sie hier die biotechs haben natürlich von 2009 bis 2015 den vogel abgeschossen waren hier mit weitem abstand der beste sektor und danach sind sie eben in eine korrektur eingebogen diese korrektur hält immer noch an und zwar schon seit vielen monaten jahren und hat aktuell wieder etwas dynamik zur unterseite gesehen für mich so eine schlüsselmarke in den letzten monaten war immer der bereich 31 50 73 sowohl als widerstand hier das war ein starkes kaufsignal im sommer 2017 als auch dann als unterstützung hier wiederholt beachtet worden dann gab es hier mal so einen fiesen auswasch der wurde schnell wieder gekontert zuletzt haben wir auch immer wieder hier gedreht das problem ist dass wir jetzt im laufenden monat auch schon im monat september unter diese 53 gekracht sind natürlich steht die monats kerze noch nicht das kann sich alles noch ändern gerade jetzt auch wenn die newslage sich so schnell verändert wie in diesen tagen aber grundsätzlich muss man mal sagen vom konstrukt her lässt der nestek biotech index schon zu wünschen über wenn es jetzt um wunschszenario geht nicht unbedingt als biotech fan aber eher als analyst um den chart mal zu bereinigen habe ich jetzt hier schon eingezeichnet wäre so eine schöne zweite abwärtswelle im big picture ganz gut zumindest mal auf die 2526 hier auf diese tiefs des jahres 2015 16 um den chart zu bereinigen oder dann idealerweise sogar auf die 271 um dann wieder eine bessere basis zu haben langfristig anzusteigen also das klingt jetzt erstmal extrem und wäre ja auch nochmal ein deutlicher rückgang ich muss sagen wenn ich mir so viele einzelwerte anschaue im biotech sektor da kann man vielleicht argumentieren okay temporäre erholungen kann es immer mal geben aber so den großen wurf sehe ich derzeit nicht da muss schon einiges passieren auf der oberseite um diese schwäche abzuschütteln und jetzt auch mit blick auf die jahres performance sehe ich das im vierten quartal nicht unbedingt wenn sie nach gründen fragen lässt sich jetzt einiges anführen sicherlich haben die großen firmen einige unternehmensspezifische probleme seien es jetzt ausgelaufene patente seien es wachsende konkurrenz durch durch kleinere biotechs dann haben wir regulatorische probleme also trump hat ja auch gesagt er möchte die medikamentenpreise senken und das spielt natürlich bei so werten wie alexion oder ähnlichen die hochpreisige medikamente anbieten die mehrere hunderttausend dollar im jahr kosten extrem rein und insgesamt muss man wirklich sagen ist das eine angespannte situation ich sehe jetzt den biotech sektor nicht als must have an mit also behalten sie das einfach mal im hinterkopf selbst wenn es jetzt temporäre erholungen gibt 53 73 als kurzfristiger schlüssel und größere entspannungssignale sehe ich erst über 3600 3865 und vor allen dingen natürlich über dem allzeithoch also hier mein favorisiertes szenario wäre noch mal schwäche auch im jahr 2020 um dann den chart vielleicht zur unterseite endlich mal zu bereinigen denn nur so kann in meinen augen dann auch mal wieder was nachhaltigeres zur oberseite entstehen jetzt kann man den biotech index wie eben schon gezeigt sich anschauen und auf einzeltitel untersuchen dazu können wir jetzt nochmal den dazugehörigen desktop aufmachen also das ist jetzt mein desktop zu den biotechs da schon mal als hinweise sind jetzt glaube ich 217 werte im nestech biotech index es gibt im november einmal im jahr großen auswasch im index da gab es glaube ich letztes jahr gleich 60 70 veränderungen also seien sie da schon mal darauf vorbereitet dass im november hier einige werte auch rausfliegen werden ich werde dann diese watchlist auch aktualisieren das haben wir noch nicht automatisiert sondern das habe ich hier händisch erstellt also ist einiges an arbeit steckt da drin ich stelle es ihnen aber gerne zur verfügung wie kann man zum beispiel strategisch vorgehen sie können performance screening machen und sich auf die besten werte in diesem jahr konzentrieren sind meist kleinere titel sie können auch mit dem rsl arbeiten relative stärke nach levi um sich hier die stärksten titel herauszusuchen wenn sie solche charts sehen wissen sie das sind dann meist übernommene titel hier diese dova pharmaceuticals da gab es ein übernahmeangebot vor ein paar tagen die story ist natürlich erst mal durch und durch diese screenings auch in verbindung mit charts kommt man dann immer wieder auf interessante titel auch natürlich auf extrem schwache titel und einer dieser extrem schwachen titel ist die biogen aktie biogen hatten wir in diesem webinar auch immer mal wieder besprochen ich hatte es ja auch zwischenzeitlich durchaus mal als long kandidaten gesehen hier eine mögliche bodenbildung gesehen man muss sagen es ist nichts draus geworden sie kommt einfach nicht mehr richtig in die gänge die aktie nachdem hier sehr negative news zu nehmen alzheimer medikament mal wieder sämtliche schad unterstützungen gerissen hat diese range ist erstmal an und für sich neutral zu werten in verbindung mit der vorangegangenen abwärtsbewegung ist es aber eher bärisch zu werten und deswegen wäre das für mich beispielsweise ein short kandidat die biogen aktie auch mit blick aufs vierte quartal sie shorten damit eher einen der schwächeren titel in einem eh schon schwachen sektor und aus der range heraus ließe sich mittelfristig ein ziel nennen bei 188 20 das wäre die range breite zur unterseite abgetragen noch ein kleineres ziel etwas tiefer zum mini geheim ziel habe ich hier noch rausgefiltert was sich durch ein gap ableitet aus dem jahr 2013 das kann auch immer noch mal eine rolle spielen solche kurs lücken im chart das wäre dann ein niveau von 184 17 also das wären so unter die ziele die man anpeilen könnte mit einem stop oberhalb der letzten hochs das wäre also oberhalb der range ein niveau von 247 dollar wer etwas tiefer gehen möchte kann auch dieses verlauf so vom september nehmen 244 also biogen schwacher sektor schwache aktie daher eher ein short stefano hast du das ganze genau mal anschauen wie wir das ganze vernünftigst umsetzen kann und kurz vorne weg was wir vielleicht fragen sie sich das auch aber was wir ab und an mal schon hören ist warum habt ihr nichts auf die sektoren bei tech sektor financials wie auch immer es gibt unglaublich viele sektoren indizes die quotiert werden von stocks 600 beispielsweise von nasdaq in amerika also indizes sektoren indizes die man natürlich auch begleiten könnte direkt mit zertifikaten ohne jetzt auf die einzeltitel zu gehen wenn man jetzt sagt ich will einen groben sektor abbilden entweder long short gehebelt wie auch immer das problem ist bei dieser thematik sind immer zwei punkte einfach mal dass sie das auch nachvollziehen können warum es so wenig produkte gibt auf diese sektoren zum einen leider gottes auch wenn wir es ab und an mal hören die nachfrage letztendlich in diesen in diesen sektoren zu investieren ist unglaublich gering leider gottes und das ist leider korreliert leider negativ mit den kosten die die emittenten haben bei sektoren indizes denn um sektorindex abzubilden beziehungsweise um ein produkt darauf zu listen zu lassen muss man bei den berechnungsstellen index berechnungsstellen ob es jetzt nasdaq ist stocks als unternehmen die stellen so etwas ja her die haben aufwand die haben kosten die sagen das kostet lizenzgebühr und diese lizenzgebühren die sind aufs jahr hochgerechnet gerne mal sechsstellig das ist ziemlich viel geld was man da in die hand nehmen muss und naja wenn da einfach der aufwand bzw die die nachfall dann letztendlich dann doch gering ist dann ist es dann liegt es eben daran dass die emittenten darauf keine produkte letztendlich imitieren leider gottes ist das so zum einen wie kann man das lösen entweder die berechnungsstellen diese index berechnungsstellen hingegen mit den kosten runter das wird eher schwierig sein weil das für die ein wirklicher business case ist oder die nachfrage wächst irgendwo aber naja damit nachfrage kommen muss natürlich auch das produkt da sein aber es kommt immer so ein bisschen das hennei problem je mehr wirkliche nachfrage und hinweise e-mails anrufe wir bekommen oder als andere emittenten bekommen desto eher versteht man dass da wirklich das interesse da ist oder man platziert so ein interesse bei der online bank die dann diese diese nachfrage diesen hinweis diesen wunsch dann auch an uns weiter trägt also jetzt nicht denken okay es gibt ein produkt nicht dann nicht höher in die hand nehmen und anrufen tun sie das durchaus und je häufiger wir so einen anruf bekommen oder eine e mail bekommen desto mehr werden wir quasi überzeugt dass wir uns das thema doch vielleicht noch mal anschauen deswegen genau gibt es natürlich was die einzelnen titel akt angeht bei jen sämtliche anderen werte ausweichen bei text sektoren die begleiten wir natürlich mit produkten da ist das volumen doch sehr hoch gerade auch was die bei jen angeht ist beliebter basiswert deswegen haben wir da produkte selbstverständlich und nutzen natürlich auch match my trade um hier die produktwelt zu screenen ich habe die letzten male das immer mit der der seite der sd general und der sg zertifikate begleitet zur abwechslung das jetzt auch eine geübte plattform ist für sie mache ich das ganze mal mit guidance diese plattform kennen sie die nutzen sie für gewöhnlich um eben an diesem webinar teilzunehmen unten haben sie das thema match my trade hier geben sie entsprechend bei jen ein short trade bastian über die nächsten sagen wir mal bis bis grob bis bis ende des jahres korrigiere mich bastian wenn du es ganz anders siehst aber du sagst es ja zu kurzfristig willst du da gar nicht gehen bis ende des jahres war so eine möglichkeit in richtung und grob 184 us dollar mit einem innenbereich stop loss von 244 eingegeben in diesen webfrontend oder hier eben gerade über das charttool können sie ja hier entsprechend abändern und sie bekommen dann in dem fall ein put option scheine angezeigt mit einer rendite jetzt in diesem fall von 89 prozent und ein verlustpotenzial von 75 aktuell ist ganz interessant die implizite volatilität in diesem produkt bei 38 und die prognostizierte implizite volatilität von unserem ja von unserem system von unserem analyse system was wir hier ja realisiert haben ist sondern vorwart volatilitäten mit zu berücksichtigen also wir sehen hier da ist die wenn die volatilitäts erwartung deutlich geringer und diese volatilitäts erwartung die nutzen wir um die 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 preiserwartung die szenario berechnung für diese produkte natürlich auch zu berechnen das heißt im grunde genommen alles alle informationen die heute da sind nutzen wir um die preisentwicklung die preisberechnung in der zukunft basierend auf ihre markterwartung entsprechend zu berechnen nur so haben wir das ideale bild alles andere wäre wäre nicht korrekt wäre nur die halbe wahrheit und basiert auf diesen informationen die wir aktuell haben ist dass das ein wirklich oder das geeignetste das beste produkt für diese markterwartung ein hinweis hier noch was wir immer wieder bekommen ist vor allen dingen wenn wir nutzer fragen wie finden sie dieses tool haben sie verbesserungsvorschläge die meisten und vielleicht geht es ihnen auch so sagen naja schön dass sie das macht aber mir reichen die generalprodukte nicht ich hätte ganz gern überblick über alle emittenten dann kann ich mir selbst vor allen dingen auch anschauen was den preis angeht bin ich kann mir einfach den aggressivsten emittenten anschauen oder den engsten spread wie auch immer nach verschiedenen kriterien anderen wettbewerbs vergleich machen preis vergleich machen deswegen immer wieder der wunsch bindet doch andere emittenten auch rein ich kann es absolut verstehen zwei gründe sprechen dagegen zum einen ist es natürlich die die ökonomische komponente weil wir das produkt natürlich als die generei kreiert haben hergestellt haben in vielen stunden über zwei jahre hinweg entwickelt haben natürlich fällt es uns dann schwer dieses tool kostenfrei zur verfügung zu stellen auf alle emittenten aber der wirklich maßgebliche grund ist der dass wir die preisentwicklung von produkten anderer emittenten überhaupt nicht einschätzen können und doch nicht dürfen also wir haben für dieses tool für match my trade die genehmigung der bank der rechtsabteilung der compliance abteilung der bank die würden wir gar nicht bekommen wenn wir jetzt sagen würden das produkt der bnp der kommerzbank der deutschen bank entwickelt sich so und so das wissen wir ja gar nicht wir kennen ja nicht die modelle der anderen banken die weichen immer ein bisschen ab die vor allen dingen wie entwickelt sich die volatilität ist das bei anderen banken anders als bei uns und wenn es nur um nuancen sind so ist der preis normal ein anderer und deswegen dürfen wir sowas etwas gar nicht zur verfügung stellen nur einfach mal als hintergrund ist sowieso das nicht möglich sein wird andere emittenten mit reinzunehmen aber was wir ihnen was ich immer ja wieder fairerweise sagen will und auch muss ist dass sie dass dieses tool ihnen letztendlich hilft zu wissen welche welche produkte jetzt sinnvoll sind sie haben das steht ihnen natürlich frei diese informationen zu nutzen und über die vergleichsportale zu gehen diese levels jetzt einzugeben und dann selbst zu entscheiden das ist jetzt ein putzertifikat auf putoptionsscheine auf biogen mit der entsprechenden laufzeit und mit dem entsprechenden basispreis diese informationen nehme ich gehe auf die vergleichsportale dann habe ich den überblick über die verschiedenen intenten kann immer noch entscheiden welchen ich will also dass da sage ich auch immer wieder ganz gern der hinweis nutzen sie die möglichkeit match my trade erst mal vorfiltern und wenn sie jetzt noch mal die zeit haben sagen ich will jetzt noch mal vergleichen dann gehen sie entweder auf guidance oder auf gottmo trader oder auch von vista auf finanznet auf börse stuttgart und vergleichen einfach die produkte aber sie wissen schon mal wonach sie suchen müssen und das ist die hilfe letztendlich die match my trade bietet genau das ist denke ich alles was wir zu biogen zu dem put hier sagen können ok ja danke stefano dass du das auch noch mal erläutert hast warum keine anderen emittenten in dem match my trade drin sind die frage kam auch auf meinem desktop immer mal wieder auf du hast dich das wahrscheinlich auch gefragt gibst zu ich habe es dich glaube ich auch schon gefragt ne ist natürlich verständlich klar also wir schauen weiter vielleicht noch zu dieser sektoren thematik ich bin da schon auch bei ihnen also man muss man muss sagen einzelwerte in so einem high vola sektor wie biotechs oder goldminen die haben natürlich dann noch mal ein erheblich größeres risiko als der sektor an und für sich schon und das muss man mögen also bei den biotechs wissen sie ja ich meine biogen ist ein sehr gutes beispiel hier eine enttäuschende studie kann hier den kurs selbst bei so einem großen titel mal um 30 prozent auch nach unten schicken also da können sie sich ausmalen was bei kleinen titeln vielleicht bei biotechs passieren kann die nur ein medikament erforschen und dann floppt dieses medikament da haben sie dann auch mal tages wohler von 80 90 prozent und da kann ich verstehen wenn man dann eher sagt okay ich versuche den sektor abzubilden in diesem fall der biotech sektor für mich nicht unbedingt erste wahl unter den sektoren da haben hatten wir in diesem jahr auf jeden fall stärkere sektoren wenn man jetzt partout aber hier noch was vielleicht auf der long seite zum train sucht möchte ich mich gern auch der analyse von henry philipson anschließen die er heute abend veröffentlicht hat kurz vor fünf eine pro analyse also die würden sie jetzt eigentlich gar nicht sehen wenn sie nicht gottmo pro abonniert haben aber ich mache sie für sie trotzdem mal auf er sieht also hier eine mögliche flacken bildung bei der illumina die ja übergeordnet auch eher schwach ist also eher was für erholungstrader hier also übergeordnet stark gefallen und jetzt hier noch die chance auf eine zweite erholungswelle das wäre also dann kannst du deinen screen zeigen kannst du nicht sehen tolle guidance pro version gut dann können wir es nicht sehen jetzt aber okay also hier noch mal die analyse vom henry das finden sie dann immer unter dem also mit dem button pro gekennzeichnet das ist ja bei uns unser premium bereich auf dem gottmo trader den wir jetzt auch seit über einem jahr haben die nachfrage ist weiterhin sehr hoch also ich bin da sehr zufrieden und möchte mich auch an dieser stelle bedanken dass sie dieses angebot so gut nutzen wir haben es ja preislich mit 9 euro im monat wirklich niedrig angesetzt und es sind eben premium analysen sehr gute ausgewählte setups von uns auch wissensbeiträge strategien die wir da in diesem pro paket veröffentlichen also die idee ist also nach dieser verschnaufpause nach dem ersten anstieg eine zweite erholungswelle so habe ich jetzt hier mal übertragen ein bisschen modifiziert also das wäre das setup bei illumina auch da hat die sg scheine können sie match my trade mal selbst anschmeißen 310 43 könnte ein trigger sein solange das nicht überschritten ist sind wir noch in der konsolidierung drin und als ziel 359 der gap close hier ein stop müsste mindestens bei 263 30 liegen könnte wenn sie den ausbruch abwarten sogar dann schon hier an diesem letzten zwischentief platziert werden so überlasse ich jetzt ihnen wenn sie direkt reingehen können sie so einen stopp natürlich noch nicht wählen weil sie noch gefahr laufen innerhalb von weiteren tiefs vielleicht auch unglücklich ausgestoppt werden er die aufwärtswelle startet da muss der stopp hier unten liegen wenn sie den ausbruch abwarten dann wissen sie formal darf dann das zwischentief hier nicht mehr unterschritten werden insofern riskieren sie dann nur in anführungszeichen diese strecke also illumina wie soll man es beschreiben als counter trade auf dieser unterstützung hier nach einer nach einem ersten anstieg die chance insgesamt in der range wieder boden gut zu machen auf 359 das also eine long variante im biotech sektor damit haben wir diesen sektor auch durch sehr heiß diskutiert ja nicht nur seit tagen seit wochen und eigentlich auch die überraschung in diesem jahr vielleicht neben dem hardware sektor mit apple ist ist der chip sektor apple ist natürlich auch direkt verbunden mit dem chip sektor ich glaube fast in keinem sektor gehen die meinungen so stark auseinander derzeit wie geht es weiter wie ist die lage sie haben es mitbekommen die letzten news beispielsweise micron mit einem sehr schwachen ausblick da ist der sektor erstmal abgekippt dann gab es vor ein paar tagen die news das iphone 11 ist wohl gut nachgefragt kaum kamen die news über die ticker ist der gesamte chip sektor wieder angesprungen und im prinzip dann auch mit der china thematik wo sich auch die newslage fast täglich ändert sehen wir auch dieses hue und hot im chip sektor grundsätzlich mal der große unterschied zum biotech sektor ich glaube da brauche ich auch gar nichts einzeigen zeige ich einfach den kursverlauf hier sind wir in einem äußerst starken sektor unterwegs der in diesem jahr sogar neue allzeithoos gemacht hat wohlgemerkt auch über den allzeithoos des jahres 2000 also da sind wir wirklich auf neuen rekordständen angekommen insofern ist man hier unter relative stärke aspekte eher auf der long seite unterwegs warum habe ich jetzt hier dennoch mal im pfeil nach unten gemalt naja es ist schon auffällig dass zuletzt nicht mehr viel nach oben ging wir haben hier die ausbildung eines kleinen doppeltops bei 1625 punkten heißt für sie als trader wenn sie long gestimmt sind wir müssten da drüber ansteigen dann habe ich hier auch schon den pfeil auf 1750 eingezeichnet das wäre das long setup ich präferiere für die nächsten tage wochen noch mal einen rücksetzer in diesen unteren bereich das wird natürlich nur zustande kommen wenn jetzt auch die verhandlungen china usa weiter stocken sollte sich da irgendwas richtung einigung andeuten dann wird wahrscheinlich auch der chip sektor durch die decke gehen dann können wir das vergessen mit dem blauen pfeil rein formal halte ich es für gerechtfertigt hier das mal so einzuzeichnen ob es dann so kommt wird man sehen müssen jetzt kann man natürlich in dem sektor auch so vorgehen und sich mal outperformer anschauen die vielleicht schon auf neue allzeithoos ausgebrochen sind währenddessen man chipwerte eher shorten sollte die diese aufwärtsbewegung vielleicht gar nicht mitgemacht haben oder irgendwie festhängen und da habe ich ihnen auch zwei interessante titel herausgesucht der erste wert auf der long seite ist auch in einer gottmo pro analyse erschienen schon in der letzten woche markiert heute ein neues allzeithoos das ist die aktie von taiwan semiconductor das ist ein titel und da sehen sie auch was guidance wert sein kann auf den ich selbst wahrscheinlich nie gekommen wäre auf den mich aber ein user angesprochen hat dann geschickt was dann schau dir doch mal die taiwan semiconductor an und dann mache ich den chart auf und sehe das hier und dann freue ich mich da freue ich mich weil dieser titel natürlich exzellent aussieht er ist einem in einem starken sektor ein outperformer der schon in der letzten woche ein neues allzeithoos markiert hat also starker sektor starke aktien einem starken sektor long kandidat so sind die überlegungen hier sehen sie schon mal das szenario was ich hier eingezeichnet habe es ergibt sich aus dieser und das hat mich jetzt wirklich überzeugt die seit januar 2018 laufenden range oder korrektur die erst in der vorwoche zur oberseite verlassen worden ist die aber eine deutliche breite aufweist und diese breite ist wiederum das ziel zur oberseite also ich kann mir hier vorstellen etappenziele 52 20 57 59 das wäre jetzt so mein fahrplan für einen impulsiven anstieg in den nächsten wochen monaten also taiwan semi kontaktor semi kontaktor im mittelfristig langfristigen bild wäre für mich ein klarer kaufkandidat im chip sektor ja ich denke das ist klar geworden wo auch der unterschied dann zu den biotechs liegt und wo der unterschied auch bei dieser aktie zum gesamten index liegt hier laufen wir schon voraus auf diese aktie hat die sg leider keine scheine das heißt sie müssten hier direkt in den wert gehen auf die nvidia aktie gibt es allerdings derivate und da habe ich mich jetzt mal entschieden durchaus etwas aggressiver vorzugehen ich hatte ja gestern schon hier mal so ein short call also short ansage erstmal gemacht im stream da ist dann dieser stay low auch intraday abgegangen heute haben wir die verluste schon größtenteils wieder aufgeholt es ist einfach so dass wir bei nvidia aktuell sehr gedeckelt sind das ist insofern interessant als dass sie hier einen klaren trigger auch für mögliche short stops haben das hat mich gleich nach meiner short analyse jemand angeschrieben gestern der gesagt hat ich bin da long wie sieht es denn da aus naja man kann gegen long jetzt auch nicht viel einwenden man muss halt sagen die widerstände sind hier noch nicht rausgenommen also es ist einfach noch zu früh meiner ansicht nach das zu antizipieren wer das machen möchte das ist in ordnung ich zeige das jetzt mal ein damit es dann nicht heißt ich habe das jetzt hier unterschlagen da müssten dann beispielsweise stops meiner ansicht nach zumindest unter diesem tief vom 27 9 liegen also wer hier trotzdem die long seite spielen will weil er sagt okay chip sektor interessiert mich fast nur long ist in ordnung ich habe mich jetzt hier entschieden mal trotzdem schwarz szenario vorzustellen das ist hier eingezeichnet ganz kurzfristig zumindest ein test der beiden emas hier bei 173 30 und mittelfristig sogar möglich wenn sich hier dann so ein doppeltop ausbildet das wäre natürlich die voraussetzung dass wir da auch drunter fallen sogar ein schließen des gaps bei 151 60 hier ist es wichtig ähnlich wie bei dem biotech das zahlen enorme sprünge auslösen können bei dem biotech sind es dann die studiendaten also merken sie sich vor im november wird auch in video glaube ich zahlen veröffentlichen das kann natürlich dann auch dementsprechenden kurssprung auslösen in diesem fall bietet es sich anders hat der stefano auch immer gesagt wirklich dann den knockout auch auf dieses niveau zu wählen weil sie dann sollte es ein abgeb geben nach zahlen natürlich dieses gap risiko im prinzip in diesem fall der sg überlassen und das ist sicherlich auch mit blick auf die zahlen die 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 lösung die sie am ehesten wählen sollten also ich würde hier vorschlagen eng abzusichern vielleicht bei 189 dollar ziel wäre dann zumindest 173 30 wenn es natürlich ganz toll liefe mit schwachen zahlen auch eine rückabwicklung des anstiegs vom august also ist sicherlich sehr gewagt der ein oder andere wird vielleicht mit dem kopf schütteln sagen nvidia finde ich einfach von hause aus klasse da möchte ich jetzt nicht shorten kann ich es auch verstehen mir gefällt einfach dieses doppeltop szenario mit dieser shooting candle um da ein short zu starten mit einem ja sehr leicht platzierbaren stopp das heißt aber nur zum verständnis was ja also grundsätzlich chip sektor habe ich recht verstanden ist eher positiv er ist ein starker sektor ich sehe ihn halt kurzfristig etwas angeschlagen genau also grundsätzlich hast du es absolut richtig zusammengefasst werde der chip sektor auch mit blick auf window dressing q4 eher ein long kandidat ich mein szenario ich zeige es noch mal kurz wenn dann long noch mal kurz runter ja und also wer da auch auf window dressing gehen möchte wo wenn der chart dann noch mal lädt eben erst ab diesem niveau hier unten 14 10 14 20 versuchen hier noch mal abzufischen und dann kann man im blauen pfeil von mir aus auch so mal okay eine sache noch mal und dem beweis dass das ja noch ganz gut lag mit der auswahl des day lows gestern auch hier vielleicht noch mal ein kurzer hinweis taiwan semiconductor spannende aktie da könnte es nun gute bewegung nach oben geben absolut wenn sie der gleichen meinung sind sinnvoll sich mal anzugucken wo sie die aktie bekommen was sie für transaktionsgebühren haben wo die wo die liegt an welcher börse notiert wird et cetera meistens ausländisch börse hat man auch höhere kosten muss man sich jemanden mal anschauen aber auch da ist es einfach derzeit die derivate mit hätten beziehungsweise wir haben die noch nicht so für uns entdeckt und die nachfrage ist noch nicht da die werde ich mir aber morgen gleich mal anschauen was denn ob wir da nicht ein bisschen was bringen können aufteil wären semi-kontakte vielleicht wenn sie jetzt natürlich dann abgehen sollte steigt natürlich die nachfrage das muss man natürlich auch eskundieren einfach den stefan mit ihm ist bombardieren heute noch oder morgen und dann wird es bestimmt bald scheine das funktioniert auch aber man muss es ja nicht gehebelt umsetzen ich sag das ja auch immer es gibt gründe wieso man ab und an gehebelt in einen basiswert investieren sollte aber es gibt auch genügend gründe wieso das nicht sein muss gerade wenn man ein portfolio hat wo man vielleicht mal eine position eingeht genügend kapital zur seite hat dann muss man nicht unbedingt investieren und zu dem punkt den du gesagt hast stop loss der trading strategie da immer den knockout wählen macht absolut sinn gap risiko vermeiden ich sag immer was bringt es mir wenn ich ein produkt habe was ich 10 euro bezahle und mich gemäß der stop loss regel in der trading strategie bei 9 euro ausstoppen lasse da habe ich einen euro verlust versus ein produkt was ein euro kostet und mich bei null euro automatisch ausstoppen lasse da ist der verlust genauso ein euro absolut nur ich habe nun mal den vorteil dass unter null kann es nicht gehen aber wenn der markt nun mal tiefe öffnet und das produkt respektive 8 euro 20 dann auf einmal kostet dann werde ich eben nicht bei 9 euro ausgeführt ausgestoppt sondern eben bei 8 euro 20 das ist nun mal die gefahr wenn ich andersrum gehe und sage ich kaufe ein teures produkt und lasse mich bei 9 euro ausstoppen der krux bei der sache ist natürlich dass ich nehmen wir mal an ich investiere bei dem allen produkt 10 und habe 1 euro verlust versus 1 euro da darf ich natürlich nicht auch 10 euro investieren spricht 10 mal das gleiche kaufen weil dann habe ich dann auf einmal 10 euro verlust 10 produkte mal 1 euro das ist dadurch hebel bin ich dann wiederum viel zu sehr gehebelt ich muss da natürlich meine manager berücksichtigen nicht überhebeln nicht überreizen nicht zu viel kapital investieren in so einem fall sondern eben dann auch respektive auch nur in diesem fall ein produkt dann kaufen das ist ganz ganz wichtig bei dieser vorgehensweise und die berücksichtigen wir auch bei match my trade in diesem fall und gucken wir uns an bei nvidia short strategie kurzfristig grob 173 kurs ziel stop loss 189 und die besten produkte sind in der tat ich glaube du hast es eben gerade erwähnt gehabt stay low zwei produkte hier doch mit durchaus interessanten renditen von um die 126 bis 134 und entsprechenden verlust um 78 bis 88 prozent mit einem schönen chance risikoprofil oder verhältnis die mir jedoch das tool anzeigt als die interessantesten produkte für dieses spezielle szenario und das hattest du dir ja gestern ja auch gesagt bastian dass du das als gutes produkt gesehen hast stillo klassischerweise für diejenigen die das produkt nicht kennen das produkt kostet jetzt 2,34 Euro und wird am laufzeitende wenn der ko level von dem produkt bei 190 ist das nicht erreicht wird dann zahlt das produkt am laufzeitende 10 Euro aus aber das produkt beziehungsweise match my trade berechnet uns hier eine prognose also wir nennen es bid prognose bid ist der rückkaufskurs die rückkaufskurs prognose von circa 55 bis 6 Euro je nachdem wo wir uns im laufzeitbereich dann befinden warum weil das produkt dann einfach länger läuft und wenn ich das wenn hier mit dem zieldatum 7. november wenn das jetzt meine markterwartung ist das kursziel von 173 sich einstellt dann wird eben dieses produkt entsprechend mit dieser prognose bewertet sollten es aber noch länger laufen lassen bis zur endlaufzeit dann wird eben fix 10 Euro ausgezahlt das ist die maximale auszahlung auch aber das ist dann die definitiv auszahlung vorausgesetzt dafür ist das oder voraussetzung dafür ist dass die barriere dieser ko level von 190 nie erreicht wird und das liegt ja auch oberhalb unseres stop loss also gemäß unserer markterwartung dass wir da eben raus wollen aus dem markt bei 189 sehr schön und jetzt kommen wir zum nächsten sektor ja genau also da natürlich noch mal der hinweis du hast es ja schon gesagt das setup kann auch innerhalb von wenigen tagen schon hinüber sein das heißt sie setzen hier wirklich nur das ein was sie komplett abschreiben können eine kleine summe und müssen da mit dem totalverlust bei einem anstieg über 190 dann auch rechnen also das denke ich mal jetzt auch heute das gewagteste setup da können sie schon einordnen wenn ich so sage dann glaube ich ist klar die goldminen der dritte sektor für heute ja an edelmetallen kann man ja in diesem jahr eigentlich nicht vorbei als trend trader musste man da auf jeden fall mitspielen was mir aktuell nicht so gut gefällt das vielleicht mal unabhängig von der charttechnik ist das sentiment sind auch die cot daten denke dass wenn auch die kollegen an dieser stelle in den letzten wochen angesprochen haben das sind natürlich sehr extrem das sentiment hat sich sehr verbessert die halbe welt ist ja aktuell long gefüllt auf gold und silber wenn ich so die analysen sehe auf die auf gotmo trader guidance also was bärisches habe ich da auch schon lange nicht mehr gelesen das ist für mich immer so dass ich sage da sind sich aber alle sicher dass es demnächst neue hochs geben wird das möchte ich jetzt ein bisschen einschränkend formulieren dass mir das derzeit nicht so gefällt natürlich schaue ich aber auch auf den chart und der chart da kann ich natürlich den analysten kollegen erst mal nur nur zustimmen ist weiterhin im aufwärtstrend das muss man so sehen hier habe ich jetzt den xau also diesen philadelphia gold silber index wir haben dreiteilig konsolidiert das sind wir wieder beim elliot wellen exkurs auch vom letzten mal das ist eine mindest voraussetzung für einen neuen trend impuls also das würde ausreichen auch dreiteile konsolidiert an das 38 zweier retracement hier ich nehme hier die retracement über den anstieg von mai bis august das ist also die mindest konsolidierung das haben wir absolviert und steigen seither wieder an der ein oder andere wird hier vielleicht klassisch eher eine sks sehen auch das haben wir in den videos immer mal wieder thematisiert das wäre jetzt also die bärische variante für alle zweifler dass wir nochmal weitere tiefs sehen hierfür eingezeichnet das mal hier dieser graue pfeil und da wäre ein auswasch ziel damit dann auch einige der sentiment indikatoren wieder runter kommen die 80er marke im xau das ist für mich jetzt nur eine nebenvariante derzeit sollte man aber im hinterkopf behalten denn klar ist auch was kann jetzt passieren auch mit bezug auf den chip sektor wir bekommen überraschenderweise eine positive news dass china usa sich annähern vielleicht wird da auch schon mal irgendwas unterschrieben und wenn es nur kleiner vertrag ist dann wird man natürlich aus den risk of sachen wie gold anleihen erstmal rausgehen weiter rausgehen was jetzt den bund future anbelangt und wird er dann wieder in die halbieter sektoren chipwerte reingehen das muss man wissen aktuell das heißt wenn sie gold long sind chipwerte short haben sie eigentlich ein doppeltes risiko im portfolio also schauen sie sich dann auch an wie ihr portfolio zusammengesetzt ist denn wenn sich die lage entspannt dann wird sowohl ihr short auf die chipwerte verlieren als auch ihr long auf die gold titel wann wird es im xau bullischer prozüglicher natur naja über 97 90 also das letzte hoch wenn übertroffen wird dann wäre auch die sks aufgebrochen und wir haben dann ziele bis hin zu 114 70 das wäre so mein mittel bis langfristiges ziel war das hoch des anstiegs aus dem jahr 2016 da können sich sicherlich die gold fans noch erinnern das war ja wirklich das eldorado hier der xau explodiert von 38 auf 115 punkte wenn man diesen anstieg sieht relativiert sich auch die korrektur ich sage ja immer schauen sie in die großen zeitebenen rein um das einordnen zu können also für mich dominiert hier schon weiterhin die long seite mir gefällt das sentiment nicht mir gefällt auch nicht die extreme positionierung der institutionellen aber ich akzeptiere es vorläufig dass der trend intakt ist und würde hier mit dem trend gehen also eher long wenn man jetzt den mit der beantwortung einer frage beschäftigt und habe nicht gemerkt dass du noch meinen alten screen zeigst muss noch mal umschalten und sieht die ist leicht angeschlagen das passiert hier normalerweise nicht deswegen absolut zu entschuldigen also ich habe hier wieder die schwarze analysiert im bildschirm ohne chart das zu analysieren ist natürlich immer sehr hilfreich okay gut also hier nochmal der chart ich glaube ich brauche es jetzt nicht mehr erläutern 38 2 erreicht 80 wäre ein extrem ziel auf der unterseite über 97 90 muss ich mich natürlich entschuldigen ohne chart immer schwierig in richtung 114 70 das heißt eher noch die long seite zu präferieren wenn man mal von den sentiment indikatoren ab sieht was könnte das im einzelaktien bereich bedeuten auch hier haben wir uns zwei werte rausgesucht oder drei eigentlich ich konzentriere mich vielleicht jetzt auf die zwei titel die man auch handeln kann wo sind sie da sind sie also hier relativ ähnliche setups barry gold und newmond gold core heißt jetzt glaube ich hier sieht man bei barry gold ähnlich wie im index eine verteidigung hier dieses letzten tiefs das heißt wir haben einen sehr schönen trigger auch für die short seite wenn man hier was handeln möchte wir auch für absicherungen auf der long seite also wer hier unter 16 19 16 90 absichert kann die long seite weiter spielen ziele werden 18 85 20 08 bis 23 50 23 50 entspricht dem großen ziel im index nämlich dem 2016er hoch und der stopp wie gesagt bei 16 90 ich würde mich erstmal sicherheitshalber ausstoppen lassen wenn noch mal neue tiefs unter den september tiefs entstehen auch mit der gefahr dass es vielleicht nur eine bullenfalle wird oder eine bärenfalle in dem fall ist es ja dann eigentlich da würde ich dann trotzdem lieber die reißleine ziehen deswegen stopp hier unten ziele bis hin also erstes größeres ziel 20 bis hin zu 23 50 bei barry gold dann zeigen wir vielleicht noch die newmond und dann können wir auch noch die produkte dazunehmen weiß jetzt nicht wo die verschwunden ist ist die irgendwo drunter versteckt wenn nicht mache ich sie noch mal neu auf in der koch sendung heißt ja immer ich habe hier auch was vorbereitet so da ist es schon also newmond mining im prinzip ähnliche setup sie müssen jetzt sicherlich auch nicht beide werte long nehmen da hätten sie auch wieder doppeltes risiko also newmond muss die 37 45 halten dann kann sie den abwärtstrend attackieren bis hin zu 42 dollar erreichen das wäre auch hier mein größeres ziel also das potenzial ist jetzt bei newmond vielleicht nicht so überragend wie bei kleineren werten oder auch bei barrick also wer hier chance risiko verhältnisse liebt der geht vielleicht eher auf die barrick vom setup her geben sich beide nicht viel unter den september tiefs würde ich mich ausstoppen lassen und erst mal schauen wo sich bei gold und silber dann auch die nächsten tiefs ausbilden also gold sektor outperformer im jahr 2019 insgesamt eher long sentiment im extrembereich angekommen das ist nicht so schön das haben wir jetzt im chip sektor beispielsweise nicht so da gibt es immer noch genug zweifler aber was die einzelaktien anbelangt intakte aufwärtstrends schön konsolidiert seit den august hochs und somit eine basis da um im vierten quartal dann nochmal neue hochs zu markieren ja bestens vielen dank bastian schmeißen sie wie du es vorhin so schön formuliert hast durchaus mal match my trade an für newmond und für barrick auf guidance da bieten wir produkte selbstverständlich bekannte beliebte basiswerte bleibt abzuwarten inwieweit da die handelsstreitigkeiten zwischen den us boys zwischen trump und china wie das weitergeht inwieweit die ja diese analysen ja leider auch immer wieder mal verhageln zumindest für kurze zeit in die eine oder andere berichtung bewegen ich fand schön dass wir jetzt mal wirklich auf den hinweis von einem teilnehmer eingegangen sind mal die sektoren uns angeguckt haben es durch durchaus eine sinnvolle sache damit man den blick fürs große ganze auch immer mal schärft und dann von diesem großen ganz nehmen auf einzelne basiswerte geht ich fand es klasse bastian dass du heute trotz dessen dass du angeschlagen dass doch dabei war es ist immer nicht so ganz einfach das dann zu machen sich zu konzentrieren eine stunde lang zu reden nächste woche um einen kleinen ausblick zu geben schon aber nicht den bastian sondern den sebastian den bastian hoffmann mit der bildet klein vom prime quanz die marktexperten die analysten mit denen wir auch schon länger zusammenarbeiten am 16.10 dann zum thema markt technik und trading sind auch schon ein paar mal bei uns gewesen im webinar wo es auch um technische analyse geht ein paar trading strategien sind so ähnlich ablaufen wie wie heute wo es neue basiswerte auch wieder gibt wir werden schauen dass wir uns wieder was spannendes einfallen lassen für sie ja einen schönen abend hoffentlich mal zur abwechslung abwechslung nicht so verregnete tage ein bisschen sonne würde uns vielleicht wieder gut tun bis nächste woche hoffentlich und bastian tier gute besserung finden dankeschön einen schönen abend bis zum nächsten mal tschüss tschüss bis zum nächsten mal tschüss